Happy Birthday to Neil Jadhaf. Happy Birthday Adik Hassan. Happy Birthday to Kidul Islam. Happy Birthday Saddam Sadkeh Bahrain. Happy Birthday SK Sandeep Kurma. Happy Birthday Kritik Kritik. Und ich spiele heute mal wieder. BR Ranking. Solange ich es noch kann. Und viel Spaß. Okay. Die erste Runde geht los. Wir sind auf einer Insel. Das Terra. Max Terra. Genau. Ich probiere wieder als erstes meine drei Pinolen da einzusammeln. Die eine ist genau hier unten. Die sollte schon mal klar gehen. Danach werde ich die hier einsammeln und dann da rüberflitzen. Ich gehe da hin. Kann man machen. Landen. 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 Die erste Pinola haben wir. Und sofort weiterlaufen. Zur nächsten Pinola. Boah. Ich bin ja jetzt schon außerhalb der Dingens Linie. Holy shit. Dann wäre normalerweise hier rechts der richtige Weg. Aber egal. Schrotfinde und den Scharfschutz. Ja. Ich glaube die Schrotfinde werde ich gleich weggeben. Die bringt ja natürlich nur was. Wenn ich im Gebäude drinne bin. Okay. Dann nehmen wir die H. Gut. Jetzt brauchen wir schnell ein Fahrzeug. Ist hier keins? Kann ich die ganze Zeit laufen? Dann nehmen wir nach dem da. Hinten jetzt sind. Ja. Ja. So. Was war das? Wo kam das? Ach. Das war ein Fazit. Hat einer geschossen. Egal. Egal. Wird schon schief gehen. Was. Oh. Adesso. Der ist alles gut. Der ist nicht so. Ok, wir sind da. Ein Prisma benutzen, zack. Jetzt voran. Schaff, 14 Gewehr, was besser ist als meins. Falscher Knopf. Guck mal, da ist der nächste. Soll ich mal 4 Prisma benutzen? Was passiert dann eigentlich? Hm. Go, go, go. Wir holen uns den 4. So, was wollte ich jetzt noch gucken? Nach Munition. Also, gut. Ist er der 4? Hm, hm, hm. So, das. Windows? Genau. Ja. Ok, jetzt holen wir uns den Rucksack Nr. 3. Oh, da ist noch eine Schlüsselkarte für eine Area. Das ist schön. Und dann über den hier auch noch. Schön. Dann nehmen wir die M60. Ist das irgendwo der Rucksack? Da ist. Ein Dingensbumensbumensbumens. Arsenal. Ok. Dann fahr mal rein. Ui, ui, ui. 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 Zu früh. Schau mal, was haben wir hier? Ja. 5. 4. 4. 5. Aber ein Scharfschuss. Soll ich das Sturmgewehr hier wegnehmen? Sturmgewehr. Ja. Wer ist das? Gatlinger? Maschinengewehr. ной Angriff? potensabler. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Ahhhh! Das war's. Danke. Vergnäzion! Nein! Sehr gut. gut das muss aber sein das muss es sein hier einmal nachladen hier einmal das einsammeln auf mittel strecken ist die gut auf kurz strecken hier war einer vielleicht das könnt ihr gefällt nicht aus wie ein spieler ein computer ein spiel unterwegs ein kriminein geöffnet das ist ein spiel hier 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 Das war's für heute. 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 Ach, wieder Terra. Next Terra. Okay. Yeah. 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 Okay. Okay. Yeah. 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 Okay. Yeah. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist der nächste. Auf dem Weg zur Nummer 4. Warum auch immer. Aber wir machen's. Könnt man alle Prismen schaffen? Ich glaube nicht. Das war's für heute. Vielleicht doch. Guck mal. Es gibt noch 3 Stück. 4 haben wir. Also 7 Stück insgesamt. Ich probier mal aus. Alle 3. Bitte nicht mich erschießen. Ich bin auf einer Mission. Ich kann hier zack hochlaufen. Das Gewehr nehmen. Ich wusste mal, wie er schon da ist. Ich hab's geschossen. Was ist hier unten? Ach ja. So. 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 Okay. Okay. Wo ist der letzte? Ja. Ah. So. Was hab ich da drüben? Alle Prismen. Jawohl. Ja. Jawohl. Ich hab' alle Prismen holt. Was passiert jetzt? ich habe vergessen nicht danach aus naja ok der nachteil ist jetzt ich habe mich nicht ausgerüstet da ist bestimmt ein paar bessere sachen als ich ok ok nice da ist schon mal das bessere scharfschützengewehr drinne so Double kill Triple kill Wadra kill Pop 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 Also nach drei krieg man hier diesen Ilseprisma der da bei mir rum fliegt gerade Und bei allen kriegt man nichts. Boah, Topfschuss. Nice. Hätte ich schon bei den Spielern brauchen. Wer da so rumgehüpft ist. Oh oh, was sehe ich denn da? Einmal gerne. Dieser hier. Nice. Nice, nice, nice. Rampage. Killing spree. 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 Ich glaube da oben auf dem Dach ist einer. Oh, das ist mein Letzter. Oh, einmal Zweiter, einmal Erster und alle Prismen eingesammelt. Nix passiert. Warten. 35 Punkte, das ist gut. Damit kann ich leben. Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächstes Mal dabei seid. Bis dann mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.